Der Angriff der Hamas auf Israel wurde Ihnen präsentiert von RWE, Volkswagen und der Deutschen Bank. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr, sehr überspitzt. Aber bei allen drei DAX-Konzernen ist einer der Großaktionäre das Emirat Katar. Und außerdem soll Katar ja in Zukunft auch einer von unseren großen Gaslieferanten werden. Aber gleichzeitig sagt man ja auch, Katar ist einer der Hauptunterstützer der Hamas. Und das wirft die Frage auf, ob diese Verflechtung mit Katar, die ja immer enger wird, ob die für uns überhaupt noch tragbar ist. Oder aber ob das vielleicht doch alles ein bisschen anders ist mit Katar, als das immer bei uns dargestellt wird. Als YouTuber, da denkt man sich manchmal, ja, ich muss irgendwann mal sowas richtig Krasses, Provokantes, Schockierendes sagen. Irgendwas, über das sich alle aufregen, weil nur so wird man heutzutage ja bekannt. Und was bietet sich da mehr an als Israel und Gaza? Kennen Sie Slavoj Shisek, ein Philosoph? Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Beziehungsweise haben Sie den gekannt vor zwei Monaten? Ich habe vielleicht den Namen damals mal gehört, aber jetzt kennt man ihn natürlich. Er hat eine Rede gehalten auf der Frankfurter Buchmesse, kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Und dabei hat es dann Tumulte gegeben und Proteste. Und dabei hat er anscheinend nur gesagt, man muss das Ganze auch vor dem Hintergrund der Palästinenser mal sehen. Den Angriff selber hat er natürlich auch verurteilt. Aber so schnell geht das heutzutage. Und es ist ja auch klar, was wäre denn das für ein Krieg, wenn er nur im Nahen Osten stattfinden würde und wenn er noch so schrecklich ist. Aber wir müssen den schon auch hier bei uns selber austragen können. Auf unseren Straßen und in unseren Feuilletons. Sonst interessiert das keinen. Traurig, aber wahr. Der Hamas-Angriff ist natürlich fast überall verurteilt worden. Und überall hat man dann auch Solidarität gezeigt mit Israel. In Berlin ist zum Beispiel das Brandenburger Tor angestrahlt worden in israelischen Farben. Ein bisschen anders hat man es aber in Katar gesehen. Katar ist natürlich ein muslimischer Staat, aber es ist ja eigentlich auch ein enger Verbündeter des Westens. Das wird hier ja auch immer wieder betont. Auch mit einer großen amerikanischen Militärbasis. Nur in Doha, da hat man das Nationalmuseum nach dem Hamas-Angriff, da hat man dann die palästinensische Flagge drauf projiziert. Und die Schwester vom Emir, die hat dann auf Instagram noch das Zitat geteilt. Die Israelis fühlten sich einen Tag lang wie Palästinenser und anscheinend mögen sie es nicht. Das war dann natürlich nicht so feinfühlig und das war auch nicht mehr so ganz auf der westlichen Linie. Katar steht gerade voll in der Kritik und Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Fußball-WM. Das war ja damals auch schon alles hoch umstritten, das Ganze. Es ging um die Frauenrechte in Katar und die Rechte für die Homosexuellen. Und Nancy Faeser, die hat dann die One-Love-Binde getragen im Stadion. Das kommt einem heutzutage inzwischen alles fast harmlos vor. Weil jetzt steht noch ein ganz anderer Vorwurf im Raum, nämlich, dass Katar einer der Hauptunterstützer der Hamas ist. Oder wie die Bild hier schreibt, der Top-Sponsor des Terrors. Fünf Tage nach dem Angriff auf Israel war ja der Emir von Katar in Deutschland auf Staatsbesuch. Und ohne Bild wäre das wahrscheinlich sogar ziemlich untergegangen. Aber Bild hat engagiert drüber berichtet. So wie hier. Roter Teppich für den Blutscheich. Und worum ging es bei dem Besuch? Ursprünglich wäre es sicherlich um Gas gegangen. Hauptsächlich Katar soll uns ja mit Flüssiggas beliefern in Zukunft. Mutmaßlich eingefädelt von Robert Habeck und von Franz Beckenbauer. Aber schlussendlich wird es dann wohl doch eher um den Krieg gegangen sein. Und vor allem auch um die Geiseln. Und das Auswärtige Amt, das hat danach dann ja auch mitgeteilt, Katar kann da sicherlich vermitteln und ist möglicherweise ein wertvoller Gesprächskanal zu Hamas. Tja, Gesprächskanal, das kann man wohl so sagen. Es ist ja nicht nur so, dass Katar jeden Monat 30 Millionen Dollar in den Gazastreifen fließen lässt und dass es von den Regierungsangestellten da auch einen guten Teil von den Gehältern zahlt. Sondern die Hamas hat in Katar sogar ihre Vertretung, ihr Politbüro. Und der Chef von der Hamas, Ismail Haniya, der sitzt auch nicht in Gazastadt jetzt und wartet bis ihm da eine Bombe auf den Kopf fällt. Sondern der sitzt natürlich auch in Doha, in Katar, schon seit Jahren. Und der hat es da auch anscheinend ganz gemütlich. Allerdings, das ist die politische Hamas, wohlgemerkt. Das ist nicht die militärische, das ist wohl schon ein Unterschied. Und der Spiegel, der hat zum Beispiel auch einen westlichen Diplomaten zitiert, der gesagt hat, die in Doha, die politische Hamas, die hat von dem bevorstehenden Angriff wahrscheinlich ungefähr so viel Ahnung gehabt wie der Mossad oder der CIA. Nämlich rein gar keine. Trotzdem, es macht viele Leute fassungslos, das mit Katar. Und sie sagen, was, so einem Land wie Katar, dem sollen wir jetzt Milliarden zahlen für Flüssiggas. Da können wir es doch auch gleich Vladimir Putin wieder abkaufen. Aber keine Sorge, dem kaufen wir es ja auch immer noch ab. Das russische Gas fließt ja auch immer noch nach Europa. Nur nicht durch die Nord Stream Pipelines. Aber klar, in Zukunft kommt das Gas für uns eben auch aus Katar für unsere sichere Energieversorgung. Und in dem Zusammenhang, ich habe es schon erwähnt, Sie kriegen morgen von mir eine neue Hauspost. Da geht es um den Ölmarkt und um den Ölpreis. Wo der Krieg im Gazastreifen natürlich auch stark mit rein spielt. Die Weltbank zum Beispiel, die hat neulich gewarnt, wenn das da weiter eskalieren sollte, dieser Konflikt, dann steigt Öl auf 150 Dollar pro Barrel. Im Moment sind wir bei Brennöl bei unter 80 Dollar. Aber es geht bei Öl natürlich auch nicht nur um den Nahen Osten. Die Reports von mir, die sind gratis. Dieser Report, diese Hauspost, die geht morgen raus. Also wenn Sie sie noch nicht kriegen, dann fordern Sie sie noch schnell an auf www.heinrichs-hauspost.de. Morgen früh haben Sie sie dann im Postfach. Gut. Aber abgesehen von dem Gas haben wir noch ein anderes großes Thema mit Katar. Und zwar die großen Beteiligungen an deutschen Konzernen. Und zwar nicht durch Unternehmen aus Katar oder einzelne reiche Leute, sondern durch das Land Katar. Durch die Staatsfonds. 6% der Anteile an der Deutschen Bank, 9% der Anteile an RWE, 10% bei Volkswagen und sogar 17% der Stümmerrechte bei Volkswagen. Außerdem auch noch Beteiligungen an Siemens, an Porsche, an Hapag Lloyd. Hier sieht man es ganz schön, die Grafik ist vom Business Insider. Und außerdem auch noch an CureVac, dem Impfstoffentwickler. Katar ist ein Großinvestor bei uns, der, und ich wüsste auch keinen Staatsfonds, der stärker investiert ist bei uns. Wir sind also ganz eng verzahnt inzwischen mit Katar und sie haben auch dementsprechend Einfluss. Den üben Sie jetzt nicht aggressiv aus, aber er ist natürlich trotzdem da. Ich habe dazu letztes Jahr hier auch schon ausführlich ein Video drüber gemacht. Es sind sehr große Beteiligungen und die schütten natürlich auch die Gedenken aus und die könnten dann ja natürlich theoretisch auch den Terrorismus mitfinanzieren. Und die Rheinische Post, die hat dazu auch ein paar von den betroffenen Unternehmen dazu befragt, was Sie davon halten und Volkswagen hat zum Beispiel gesagt, Katar trägt als langfristiger Investor die Unternehmensstrategie vollumfänglich mit und sonstige politische Entscheidungen von Katar, die kommentieren wir nicht. Aber was sollen Sie auch sonst sagen, Volkswagen? Wenn man Aktien von sich ausgibt, dann kann die erstmal jeder kaufen, der das darf. Und ob derjenige das darf, das ist auch erstmal nicht das Problem von Volkswagen natürlich. Und wenn Sie jetzt Dividende kriegen von Volkswagen, dann weiß Volkswagen auch nicht, kaufen Sie dafür jetzt protestantische Bibeln und lassen die verteilen oder versaufen Sie die und verhuren Sie die. Und Volkswagen muss und will das auch gar nicht wissen. Beim Verhuren hätten Sie wahrscheinlich sogar noch Verständnis aus Ihrer eigenen Geschichte heraus, aber das ist alles schon länger her. Aber die viel wichtigere Frage ist natürlich auch, ist Katar wirklich dieser große Terrorfinanzierer, als der es gerade dargestellt wird? Katar hat 2017 schon große Probleme gekriegt. Da haben Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten scharfe Sanktionen verhängt und auch eine Blockade, weil sie Katar genau das vorgeworfen haben. Katar war eben immer schon ein bisschen anders. Sie betreiben zum Beispiel auch den Sender Al-Jazeera. Der hat offen über den Arabischen Frühling berichtet damals. Das hat vielen gar nicht gefallen. Katar hat auch gute Beziehungen zur Muslimbruderschaft, die ja in Ägypten unterdrückt wird. Und Katar hat grundsätzlich eben auch Sympathien mit den Palästinensern. Nur diese 30 Millionen Dollar im Monat, über die da so viel berichtet worden ist und das Baumaterial, das die in Gazastreifen schicken und die Renten auch, die sie da an arme Familien zahlen und so weiter. Das ist ein offizielles Hilfsprogramm, abgesegnet von den USA und auch von Israel. Und von dem Geld profitiert sicherlich auch die Hamas. Aber auf der anderen Seite haben sie damit den Gazastreifen eben auch mit am Leben gehalten und das war dringend notwendig. Den Leuten da geht es nämlich zum Teil entsetzlich schlecht. Und was jetzt dieses Hamas-Politbüro betrifft in Doha, das war bis 2012 in Syrien. Dann haben sie einen neuen Standort gesucht und der damalige US-Präsident Barack Obama, der soll Katar ja regelrecht begniet haben, dass die das nehmen, damit man dann wenigstens noch irgendeinen Zugang hat zu Hamas. Wären sie in den Iran gegangen damit, dann hätte man den nicht mehr gehabt. Und auch die Taliban zum Beispiel, die haben auch seit Jahren eine Vertretung in Doha. Das gefällt natürlich auch sehr vielen nicht. Aber dafür hat Katar dann vor zwei Jahren auch noch Zehntausende von Flüchtlingen rausfliegen können aus Afghanistan, als die USA oder Deutschland das nicht mehr gekonnt haben. Auch Bundesbürger haben sie rausgeflogen dann noch. Das ist das Stil von Katar, das ist der diplomatische Ansatz und man kann viel streiten drüber, was die machen. Aber was sie eben schon auch tun, das ist in einer Region, in der sich die Länder ja spinnefeind sind zum Teil und wo es brandgefährlich ist und wo ständig auch Kriegsgefahr ist, dass sie da eben irgendwie schauen, dass man mit allen noch Kontakt hält, dass man da zur Not dann auch vermitteln kann oder dass man mit denen wenigstens überhaupt noch irgendeine Kommunikationsmöglichkeit hat. Und das ist aber natürlich nicht einfach und es wird einem auch nicht immer gedankt. Die deutsche Außenministerin zum Beispiel, die hat den Emir vor seinem Besuch fast abgewatscht, kann man sagen. Sie hat gesagt, wir akzeptieren keine Terrorfinanzierung und darum sei Katar jetzt in einer ganz besonderen Verantwortung. Dafür hat aber zum Beispiel die Zeitung Foreign Policy geschrieben, die Straße zum Frieden im Nahen Osten führt durch Doha. Und sogar der nationale Sicherheitsberater von Israel, Zahi Haneqbi, der hat geschrieben, der Beitrag, den Katar gerade leistet für humanitäre Lösungen, der sei absolut entscheidend. Und die USA haben Katar letztes Jahr sowieso schon offiziell eingestuft als wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten. Trotz der Hamas, trotz der Taliban, trotz dem Iran und so weiter. Verrückte Welt, aber vielleicht geht es manchmal nicht anders, so wie die Lage ist und man kann sich die, mit denen man es zu tun hat, da unten eben auch nicht immer aussuchen. Und Katar ist ein Land, das eng auch an Deutschland jetzt rangerückt ist, mit seinem Gas und mit seinen Investitionen, enger als vielen lieb ist, sehr wahrscheinlich. Aber vielleicht sollte man es eben trotzdem nicht so verteufeln, wie das zurzeit viele tun. Es gibt mit Sicherheit schlimmere Partner als Katar und wie man eben jetzt auch wieder sieht, man weiß nie, wofür so eine Partnerschaft am Ende dann doch gut ist. Tja, und jetzt habe ich eigentlich wieder nichts richtig Schlimmes gesagt. Nichts, das so richtig Wellen schlagen würde und ich bleibe weiter unbekannt hier in meiner kleinen Nische. Sie können mir da aber raushelfen mit Ihrem Kanal-Abo. Dafür kriegen Sie dann in Zukunft auch Videos von mir vorgeschlagen. Zum Kanal-Abo geht es hier unten. Und es ist völlig klar, Israel und die Palästinenser, das ist ein Thema, da gehen die Meinungen brutal auseinander. Es hat immer wieder gute Ansätze gegeben da unten und in gutem Willen. Aber bei dem, was jetzt passiert ist und weiter passiert und was wir jetzt ja auch wieder an Leid haben da unten, man kann sich eigentlich im Moment nicht mehr vorstellen, wie das jemals wieder besser werden soll. Und was auch schlimm ist, die Extremisten auf beiden Seiten, denen gibt das, was passiert ist, jetzt scheinbar auch noch recht. Seien wir dankbar, dass es uns noch gut geht, dass wir auch noch den Luxus haben, dass wir uns zum Beispiel Gedanken machen können über so schnöde Dinge wie den Ölpreis. Das ist ja das Nächste, was Sie von mir kriegen. Morgen die Hauspost, denken Sie dran, dass Sie die noch bestellen für sich auf www.heinrichs-hauspost.de. Seien wir einfach dankbar und schauen wir auch, dass wir uns hier wenigstens jetzt nicht auch noch die Köpfe einschlagen über den ganzen Konflikt. Nicht jeder Muslim ist ein Terrorist und nicht jeder rüdische Gastronom ist Baruch Goldstein. Und wir würden jetzt auch nicht wollen, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, im Ausland an der chinesischen Mauer, wenn wir da angepammt werden, dann für die deutsche Regierungspolitik, für die wir ja auch nichts können. Das passiert einem aber in der Regel in China nicht. Die Chinesen sind eben noch ein zivilisiertes Volk. Nehmen wir uns da mal ein Beispiel. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.